Leute, meine Mutter hat gesagt, wenn mein Zeugnis besser ist als 3,0, dann bekomme ich 20 Euro. Und wenn mein Zeugnis schlechter ist als 3,0, dann bekomme ich eine Standpauke. Und? Was hat dein Zeugnis für einen Durchschnitt? Das ist es ja! Genau 3,0! Oh, da vorne sehe ich meine Mama schon. Na, mein Sohn, wie sieht es aus? Äh, ich habe genau 3,0, Mama. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Ich würde vorschlagen, du bekommst 10 Euro und eine kleine Standpauke. Mann, warum ist ausgerechnet meine Mutter immer so streng?